Das Wesen Gottes ist, dass er immer war und immer sein wird. Er ist ungeboren. Sehr wichtig. Und ich glaube auch, das Sein ist ungeboren. Als junger Mensch habe ich schon immer gewusst, dass nicht ich denke, Samantha, es denkt. Und durch die Intensität kann ich erreichen, dass ich willentlich denke.